Hallo meine lieben Leute und willkommen zum Auswärtsspiel von Hansa Rostock gegen SSC Paderborn 07. Naja, ich habe mir das Spiel angehört und Mann, oh Mann, oh Mann, das war absolut heftig gewesen. Also man kann sagen, was man will, aber das war zu heftig, zu krank und zu krass. Naja, hier erstmal die Analyse von diesem Spiel. Also, Anstoß in der ersten Minute und in der ersten Möglichkeit, Silkin mit einem Fehlpass in der Defensive, Jean Faulk erobert den Ball und spielt per Hacke zu Bahn. Das ist ein Vollspannschuss mit links, aber rechts am Tor vorbeigehen. Und das war die allererste Chance für Hansa, die ganz schnell ran ging. So, in der zweiten Minute Fröde stößt mit Jelkin zusammen, kurze Unterbrechung. Ja, aber heftiger Zusammenprall. So, dann in der dritten Minute Freischuss rein. Wunderbar mit einem Effekt. Für die Mauer, doch Keeper Hood, also H-U-T-H. Falls einer weiß, wie ich den aussprechen soll, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. So, wo war ich jetzt? Ja, taucht ebenso. Klasse ab und Ecke. Ja. Vierte Minute auf der Linie. Wunderbare Eckenvariante Bahn. Spielt den Ball auf den Lenkeforsten. Duljevic mit einem direkten Volley-Abnahme-Hut verhindert einmal mehr den Treffer. Tja. Fünfte Minute. Beide Mannschaften sehr stark. starke erste Minuten unseres FC Hansa-Rostock hier. So, zwei Minuten denn drauf in der nächste Ecke für FC Hansa-Rostock bleibt gefährlich. Aber, ja, kann trotzdem nicht vernommen werden. Also, nice in einem anderen Ausdruck verwertet. So, achte Minute. Erster Konter. Der Gastgeber Fröde stoppt Michel mit einer hervorragenden Grätsche. So, in der neunten Minute Justfahn jetzt mit einem tollen Dribbling. Rizutu stoppt ihn unfair und kassiert dadurch als Rechtsverteidiger die Kälbe-Karte. Was eigentlich sehr traurig ist, Hansa, aber Hansa lässt sich dabei nicht beirren. So, dann in der zehnten Minute Justfahn führt den Freistoß selbst aus und über den Kasten von Markus Kolke. Zwölfte Minute, jetzt geht es hier hin und her. Es blockt unsere Abwehr zwei Flankenversuche ab, was auch sehr gut war. Dann läuft der Gegenangriff über Dulwig und Bahn. Am Ende kommt Rhein aus der Distanz zum Abschluss, setzt sein Versuch aber zu hoch an. Und dadurch geht der Ball übers Tor drüber. Fünf Minuten danach, nach stürmerischem Beginn, beruhigt sich das Spiel zur Zeit etwas. So, dann sechs Minuten draufgespielt bei unserer FC Hansa, geht heute viel über die rechte Seite. Bahn holt einen Freistoß heraus, der aber nicht für die Gefahr sorgt. Und das ist traurig. Dann zwei Minuten weitergespielt, 25. Minute Justfahn. Gefährlich, strammer Schuss aus 16 Meter, der Ball ratscht links vorbei am Kasten von Markus Kolke. Dann zwei Minuten drauf, ein dritter, ähm, rein wunderbar Volley aus der Distanz rechts. Ins Eck und Simon rein, trifft zum 1 zu 0 in der 27. Minute. Was auch sehr gut ist. Dann zehn Minuten gespielt, unverändert Spielverlauf seit der Führung. Unser FC Hansa ist unbequem. Paderborn hat wenige Aktionen, was zu machen. 38. Minute, auffällige, unsere Defensive steht gut gestaffelt, verteilt im Kollektiv. Dann, aus der 38. Minute drüber in die 42. rein. Paderborn hat zwar aktuell mehr Ballbesitz, aber nur in ungefählten Zonen. So, dann 45. Minute Justfahn bleibt auf Seiten des Hausherren der Unruherd. Sein Schuss geht knapp rechts vorbei. Ja, leider, 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 leider. Dann auch noch in der Minute und dann geht's in die Kabine. Die Nachspielzeit waren nur ein paar Sekunden und so und dann war es zu Ende. Führung für unsere Kogge, die mit ordentlichem Offensivdrang startete und insgesamt wenig zulässt. So, dann Anstoß zur zweiten Halbzeit und es geht einem Wechsel. Der angeschlagene Fröde bleibt in der Kabine wegen einem heftigen Anprall. Also, man kann auch sagen so, dass ein Gegenspieler von Paderborn andauernd mit dem Ball, also mit richtig voll Wucht, fasst ihn hier, alter, in den Kiefer oder hier so ins Gesicht so weiter getroffen. Also, alter, er wurde andauernd von Bällen angeschossen. Alter, Schwede. Und dafür ist Brian Rother raufgekommen. Oder Björn Rother. Na, so. Dann in der 50. Minute zu Beginn der zweiten Hälfte hat Paderborn mehr vom Spiel. Unser FC Hansa konzentriert sich auf das Verteidigen. Fünf Minuten, denn drauf, unser FC Hansa agiert diszipliniert. Konkliniert, kann sich aktuell aber selten befreien. Dann drei Minuten später, langer Ball von Rizzuto auf Schumacher, der mit rechts abschließt. Abgeblockt wird leider von Kiefer. Dann zwei Minuten später, auch wenn der SSC Paderborn hier jetzt das Heft in der Hand hat, ist letztendritte dringend die Hausherrn nur selten vorne. Ja, was auch kaum Schwung gibt. Dann in der 64. Minute die Kavas... Also, Kavas... Njok... Elf. Nährt sich langsam an, aber noch ist unsere Abwehr aufmerksam geblieben. Diesmal klärte Mellon. Alter, was für ein guter Spieler. Dann in der 67. und 68. Minute, Kevin Schumacher geht runter und dafür kommt die Nummer 14. Es warnte Igelson. So, dann auch John Faulk runter und Strilli Mamba rauf, der ihn ein bisschen unterstützen soll, also ersetzen soll. So, dann in der 69. Minute, Kolke, Michel, also Kolke und Michel ist nach einem Steckpass plötzlich allein auf weiter Flur und will unser Keeper ausgucken. Doch der Krake, wie er ist, pariert klasse und verhindert den Ausgleich. 70. Minute. Unsere Kolke lauert hier auf den einen Konter. Igelson und Mamba sind zwei schnelle und frische Spieler auf dem Feld. Was auch wirklich stimmt. So, 73. Minute. Langsam wird die Partie. Hitzsieger Paderborn beißt sich nach wie vor vor die Zehen aus. 65. Minute, die Schlussphase bricht an und unsere Kogge führt über die Zeit hinaus. 77. Minute fasst die Möglichkeit Duljevic mit einer Klassenverlagerung. Igelson bringt den Ball anschließend scharf nach links herein, aber Mamba rutscht vorbei. Schade, das wäre alles toll gewesen für Mamba, aber leider, leider nix. 78. Minute, leider fiel da technischerweise bei den Sprechern das Bild aus und weiter konnte man nix finden. Also, so, 80. Minute, die Uhr tickt weiter. In der vergangenen Minute ging das, gegen den SSC Paderborn hier etwas die Luft aus. Ja, letzten Minuten laufend in der 83. Minute. Dann aber 84. Minute gibt es nichts, nichts, gibt es nichts. Jetzt soll es hier Elfmeter geben. Neidhardt hatte wohl eine Hand im Spiel. Die Entscheidung wird nochmal geprüft. So, und da habe ich eine Frage an euch. Wenn der Spieler die Hand hinter den Rücken hat, aber so rüber zieht und der Ball trotzdem gegen trifft, kann es trotzdem Elfmeter geben. Aber, was mir, wenn er die Hand aber schon vor hinter den Rücken hat, dann hätte das aber kein Elfmeter sein müssen. Falls ihr anderer Meinung seid, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. So. Und in der 85. Minute, also, Michel und Kolke in Duell. Ja, Kolke ahnt die Ecke, kommt aber nicht ganz ran und Michel verwandelt zum 1 zu 1. Mist für Kolke, aber, er hat zwar die Ecke geharrt, aber leider. Ja, schade, schade, Marmelade. Denn 90. Minute und 3 Minuten werden draufgelegt. Ja, und dann, Kolke, Kolke, Weltklasseparade gegen den Kopfball von Michel. Jetzt hätte fast Paderborn zur Führung schießen können, also per Kopf. Aber, nichts da, nichts da. So, und dann ist es Schluss. Lange gut dagegen gehalten und kurz vor Schluss doch, das Gegentor, auch wenn es heute nur ein Punktzähler ist, ist unsere Hansa Rostock Luchst, Luchst, oder was das heißt, Tabellen, Tabellen dritten Paderborn einen Punkt ab. Aber, und jetzt kommt's, in der nächsten Woche, also, die dem Verstrickt am Wochenende, ist das Auswärtsgehen Hamburg SV. Und das wird ein Hammer-Spiel. Falls es im Fernsehen übertragen wird, werde ich euch eine Analyse vom Spiel aus dem Fernsehen, und falls es doch nicht im Fernsehen übertragen wird, höre ich mir das hier mit der App ab. Also, und ich würde euch auch vorschlagen, ladet euch diese Hansa Rostock App runter, dann verpasst ihr Fan, Radio, anschalten, und dann verpasst ihr da nix. Wäre eine Möglichkeit für euch, also gerne, die ab auch runterladen. So, ja, 1-1 ist also das Spiel ausgegangen, das freut mich auch. Gucken kurz mal die Statistik an. Ja, so. Okay, man kann sagen, okay, Passquote war bei Paderborn noch ein bisschen höher. Zweikampfstärke, nicht so, da hat Hansa Rostock ein bisschen mehr gehabt. Fouls, okay, wir, zwar neun, aber Paderborn hat zehn gehabt, abseits, ja, Laufleistung, da waren wir 0,5% weniger, aber trotzdem mit engen sieben. Summe der gelben Karten, ja, wäre nur eine, aber von gelb-rot oder komplett rot gab es nix. Und Ballbesitz lagen wir doch ein bisschen niedriger als gewöhnlich. Schüsse insgesamt haben wir mit zehn und drei gegen aufs Tor von Paderborn nach 18 und fünf aufs Tor. Heilige Macaroni. Also, ich schaue mir mal die Tabelle an. St. St. Pauli Platz 1, Darmstadt Platz 2, Jan Regensburg unverändert auf Platz 3, Paderborn auf Platz 4, Hamburg Platz 5, Schalke auf 6, Nürnberg ist 7, Hainheim ist 8, der KSC Karlsruhe auf Platz 9, 10. Werder Bremen wir immer noch mit 18 Punkten, kann man sagen, richtig gut. Holstein hier hinter uns mit 17 Punkten, könnte im nächsten Spiel, wenn ich jetzt nicht falsch liege, könnten die vielleicht mit drei Punkten uns überholen, aber das ist noch Zukunftsmusik auf, Futonat, Düsseldorf und Dynamo Dresden können uns vielleicht überholen. Es ist Gebirge Aue auf dem 15., Hannover 96 ist 16. Es ist Frau Sandhausen auf St. Kissenbeutz, wie ich sie nenne, Platz 17 und sehr tief abgeschlagen. Es ist die Ingolstadt 04 mit 6 Punkten Platz 18. Naja, Hamburg hat 3-0 gewonnen, St. Pauli hat 3-2 gewonnen gegen Nürnberg, Holstein-Thiel hat Werder-Brien geschlagen, 2-1, Schalke gewinnt 5-2, what the hell gegen Sandhausen, die SSV Darmstadt 98 gewinnt 2-1, auswärts gegen Eske Biger Aue, der KSE gewinnt 4-0 gegen Hannover 96, SSV Jan Regensburg 3-1 gegen Dynamo Dresden, Futuna Düsseldorf verliert das Heimspiel gegen 1. FC Hainheim mit 1-0. So, dann wollen wir mal kurz gucken Ja, hier, 17. Spieltag, das Ausfallspiel, denn gegen Hamburger SV, also seid denn dabei und feuert unsere Jungs an, also ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und seid auch hier wieder tatschlechtig dabei, also ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch und dann einen Schönen Start in die neue Woche und ja, ich hoffe, lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar in die Kommentarenbox und ja, wie immer bin ich damit raus und sage jetzt Tschau, euer Blue Eyes Leer Dragon dann